Herzlich Willkommen zu unserem sechsten Studium zu diesem Thema die Lehren unseres Heilandes Jesus Christus. Wir haben in den letzten zwei Stunden gesehen, dass wir Erlösung brauchen, dass es dazu einen Erlöser gibt und ohne Erlöser es auch keine Erlösung gibt. Und wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass wir einen Weg gehen müssen, um Erlöst zu werden. Und wir haben vor allen Dingen versucht klarzumachen, dass es von unserer Seite, damit wir Erlöst werden, ein aktiver Prozess ist und nicht ein passiver. Der Glaube lässt nicht geschehen, der Glaube handelt. Und es ist manchmal nicht so leicht zu sehen, wo liegt denn der Unterschied. Wir haben manchmal Zeiten in unserem Leben, wo wir denken, der Glaube muss geschehen lassen. Aber der Glaube handelt. Auch wenn ich ruhig bin und warte, ist das ein Handeln. Es ist das, was ich tun muss, damit ich zu dem Ziel komme. So, der Weg der Erlösung ist nicht so, wie er so häufig verkündigt wird, ein passiver. Es wird an mir geschehen. Nein, es geschieht in einer Zusammenarbeit zwischen mir und Gott. Ja, wir haben gesehen, Gott nimmt die Initiative. Ich habe nicht einmal die Not erlöst werden zu wollen, wenn Gott es mir nicht erklärt, wenn Gott nicht mir die Not zeigt. Ich habe nicht den Glauben, daraus ich handeln könnte. Er gibt ihn mir zur Verfügung. Er schafft ihn. Und jetzt wollen wir in dieser heutigen Betrachtung den Schritt weiter gehen, zu sehen, wenn ich jetzt angefangen habe, wenn ich jetzt mit Gott wandle, wie ist das Wachstum in Christus? Wie komme ich dazu, dass dieser Prozess, der begonnen ist, nicht zum Stillstand kommt? So, wie wachse ich in Christus? Das ist das Thema dieser heutigen Betrachtung, das Wachstum in Christus. Es ist entscheidend, dass wir verstehen, dass dann, wenn ein Mensch von Neuem geboren ist, er noch nicht am Ziel angekommen ist. Wenn der Same im Herzen eines Menschen aufgeht, ist das Werk der Erlösung noch nicht vollbracht. Es fängt erst an. Und das ist wiederum ein großer Irrtum, in dem die Christenheit verfallen ist. Sie zieht sich und beruht sich immer wieder da. Bist du neugeboren? Ah, du bist neugeboren. Alles klar. In deinem Leben ist alles in Ordnung. Du hast das Ziel erreicht. Nein, das Neugeborenwerden ist der Beginn. Und es ist zwar, dass du jetzt ein Bürger des reiches Gottes bist, aber die Erlösung in deinem Leben ist noch nicht vollendet. Sie ist noch nicht vollzogen. Und ich möchte das an zwei kleinen Beispielen erklären. Jesus erklärt, dass die Herzen der Menschen so wie ein Feld ist, wo der Same fällt. Und wir kennen das Gleichnis, wenn das hier das Feld unser Herzen sind. Dann erklärt Jesus, dass es vier Felder gibt. Es gibt also das eine mit dem, das ist der Weg, das fällt auf den Weg. Das heißt, der Same fällt auf den Weg. Hier fällt er auf steinigen Boden. Hier fällt er auf unter Dornen und Disteln. Und hier fällt er auf gutem Boden. So, wir haben also vier Kategorien von Herzenszuständen eines Menschen, die Gottes Wort hören. Der eine, hier, passiert nichts. Der Same kommt, er fällt auf den Boden, er geht nicht hinein. Die Vögel picken ihn weg. Er erlebt keine Bekehrung. Aber was passiert mit den anderen Dreien? Die anderen drei Böden erfahren eine Bekehrung. Sozusagen, sie sind von Neuem geboren. Aber es werden alle diese drei Kategorien von Menschen erlöst. Wir sehen im Gleichnis Jesu, dass er erzählt in Matthäus 13, dass die zwei zur Erlösung nicht gelangen, weil sie nicht wachsen. Sie keimen zwar. So, hier entsteht eine Pflanze. Auch hier entsteht eine Pflanze. Aber sie hat keine Wurzel. Sie zerfällt, wenn eine Not kommt. Kommt der Stillstand. Hier unter Dornen und Disteln fängt an zu wachsen, aber die Sorgen des Lebens und die Reichtum und so weiter drückt auf das Ding. Und die Pflanze geht kaputt. Sie kommt nicht zu einem Wachstum. Nur hier auf dem guten Boden, da kommt es zu einem Wachstum der Pflanze und sie wächst und bringt Frucht. Und nur der Boden, der Frucht bringt, der schafft es in das Reich Gottes. So, wenn jemand von neuem geboren ist, ist er am Ziel noch nicht angekommen. Ja, sollte er den nächsten Tag oder den nächsten Augenblick sterben, bevor er wachsen kann, bevor die Dornen und Disteln in sein Leben kommen, dann wissen wir jemanden, der ist erlöst und wird erlöst werden am jüngsten Tage, wenn Jesus kommt. Aber auch das ist für uns, das können wir nicht auf einen Menschen, wir können kein Urteil darüber fällen, auch nicht über unser eigenes Leben. Auch nicht über unser eigenes Leben können wir sagen, ich bin erlöst. Nun, ich kann sagen, Gott hat mich rausgeholt. Aber Erlösung ist nicht etwas, worauf wir einen Anspruch haben. Erlösung ist das freie Geschenk Gottes. Und deshalb können wir auch nicht, wenn wir sagen, wir haben eine Entscheidung für Jesus getroffen, wie es heute so häufig geschieht, meinen, wir hätten jetzt ein Recht auf Erlösung. Jeder, der sich bewusst ist, seine Sünden und seines sündigen Herzens, der wird in Demut sagen, Herr, in deine Hände tue ich meinen Leben. Gedenke an mich, wenn du kommst in deinem Reiche. Der wird sich hingeben und Gott das Urteil über sein Leben sprechen lassen. So, deshalb lasst uns nicht verführt werden von fremder Lehre. Die Lehre Jesu ist deutlich. Er will nicht, dass ein Neugeborener stirbt. Dass nicht in der reellen Welt, wenn ein neugeborenes Baby geboren ist, ist es nicht der Sinn, dass es so früh wie möglich stirbt, dass es dann erlöst ist. Genauso ist es nicht der Sinn, wenn jemand zu Christus kommt, neugeboren wird, der Same geht in seinem Herzen auf, dass er dann stirbt. Nein, sondern das Ziel ist, dass er Frucht bringt. Das Ziel ist, dass er wächst und Frucht bringt. So, ihr seht, das Ziel ist definiert im Glauben. Es ist nicht so, dass es irgendwo genug ist, dass man jetzt Christus angenommen hat. Es ist noch nicht genug. Es muss eine Frucht entstehen, weil die Frucht wird beweisen, was letztendlich herauskommt. So, auch der Paulus, der in Jesus Schule gegangen ist, die drei Jahre in Arabien, er hat dasselbe, dieselbe Not mit den Christen zu seiner Zeit, weil er sagt ihnen, besonders den Hebräern, denen er in seinem Brief schreibt, in Kapitel 5, und da ist er unzufrieden mit dem Zustand der Kinder Gottes. Und er schreibt hier im Vers 11, in Kapitel 5, von Vers 11 weiter, über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Das heißt, ihr seid träge geworden, nicht, dass man jetzt, weil er meint, dass sie nicht mehr gut hören würden, nein, sondern sie sind träge geworden im Tun dessen, was sie hören. Denn obgleich ihr derzeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Ansprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. So, ihr seht, der Mensch muss wachsen. Es wäre schlimm, bei der Milch zu bleiben. Es wäre schlimm, wenn in unserem Herzen das Ganze zum Stillstand käme und wir meinen, wir seien angekommen. Es ist ein Ziel, es ist ein Ankommen, es muss Frucht entstehen. Wir müssen aus Schülern Lehrer werden, Ja, das sagt er hier. Und wir müssen aus Kindern, aus Unmündigen, müssen wir Mündige, das heißt Erwachsene werden. Und vor allen Dingen die, die fähig sind jetzt, in ihrem Geist und ihrem Leben zu unterscheiden, zwischen dem Guten und dem Bösen. So, eines der schwierigsten Probleme ist es, wenn der Satan einen nicht verhindern kann, dass man neu geboren wird, dass man zu Christus kommt, ist, dass man den Prozess, in den man hineinkommt, dass der irgendwie durch irgendetwas unterbrochen wird. Und hier gibt es einen Kampf. Und diesen Kampf verleugnen wiederum die Christen. Die meisten Christen denken, das Werk der Erlösung, weil sie denken, es ist passiv, dass sie es an sich nur geschehen lassen müssen. Und sie verstehen nicht, dass es ein reeller Kampf ist, den der Neugeborene jetzt kämpfen muss, um ans Ziel zu kommen, mit die Frucht zu bringen. Es ist kein Spaziergang. Es ist ein Kampf. Warum ist es ein Kampf? Wenn man jetzt rein das Bild aus der Natur nimmt, des Wachsens, des Wachsens. Ja, wir haben die Texte in Johannes 15, dass Christus der Weinstock ist. Wir sind die Reben. Wenn wir in ihm bleiben, so werden wir Frucht bringen, so werden wir Wachsen und Frucht bringen. So, dieses Bleiben in ihm ist eine aktive Sache, weil er schreibt, die Rebe, die keine Frucht bringt, die wird abgeschnitten, weil sie ist sinnlos. Das heißt, in dem ganzen Prozess, in der Realität des Lebens, hat die Rebe auch einen Teil an dem Ganzen. Am Weinstock, ja, wächst sie aus dem Weinstock heraus, aber in der Realität des menschlichen Zusammenseins mit Christus ist es ein Zusammenwirken. Er gibt die Kraft und ich übe sie aus. So, und dabei gibt es einen Kampf, ob ich das jetzt will oder nicht will. Ob ich mich dessen jetzt unterstelle, den richtigen Weg zu gehen oder den falschen. Jesus sagt in Lukas, aber auch in der Bergpredigt in Matthäus 7, als auch in Lukas 13, dass, vielleicht lesen wir die Texte, dass wir eindringen sollen, dass wir ringen sollen, einzugehen in die Pforte. Und ein Ringen bedeutet nicht ein Spaziergang. Steht hier in Lukas 13, Abvers 22. Und er zog durch Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, Ringe danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hinzugehen, suchen und es nicht können. So, woran liegt es, dass viele es suchen werden und nicht können? Woran liegt es, dass Jesus sagt, es ist ein Kampf, es ist ein Ringen einzugehen in die Pforte? Und er sagt auch in der Bergfriedigkeit in Lukas, in Matthäus 7, geht ein durch die enge Pforte, denn der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind, die darauf wandeln. Und die Pforte ist breit, und der Weg ist breit, der zum Tode führt, und es sind viele, die darauf wandeln. So, wer mag schon kämpfen? Wer liebt es, in einer Spannung, in einem Kampf zu sein? Ich persönlich nicht. Ich liebe die bequeme Art. Ich liebe es gelassen anzugehen. Aber hier wird etwas beschrieben, dass Jesus uns lehrt und sagt, ringet danach. Ich weiß nicht, woher die Christenheit heute, obwohl sie sagt, sie folgen der Lehre Jesu, in diese Idee gekommen ist, dass das Erlösungswerk eine Sekunde ist, eine Annahme Jesu, und du wiederholst diese Annahme jeden Tag, und dann ist alles gut. Christus schreibt und beschreibt, er selbst zeigt es in seinem Leben, dass es ein Kampf war. Ein Ringen. Ein Ringen. Aber womit? Wo liegt der Kampf? Wo liegt die Schwere des christlichen Wandels, wenn man es so will? Woran liegt es? Und ich denke, wir müssen das wissen. Und ich, es liegt an unserem Herzen. Es liegt, dass der Boden unseres Herzens ein Problem hat. Dieser Boden muss zuerst bearbeitet werden. Und um das wieder schematisch darzustellen, ich habe hier Boden meines Herzens und dieser Boden meines Herzens ist belegt, er hat, da wächst Unkraut, da kommt nicht die Frucht des Geistes hervor, sondern die Frucht des Fleisches. Hier kommen Dinge heraus, die nicht gut sind. Und jetzt kommt die neue Geburt, jetzt kommt Christus in mein Herz. Und wo auch immer er reinkommt, ob es in der Mitte ist oder am Lande, irgendwo, muss er, muss ich am Anfang, wie ich erlöst werde, haben wir gesehen, ich muss eine Entscheidung treffen, ich muss wollen den Willen Gottes tun. Der Wille Gottes muss mir attraktiv erscheinen und ich muss mich sagen, okay, ich will den Willen Gottes tun und ich will nicht meinen eigenen Willen hier ausüben, der mich ins Verderben führt. So und jetzt hat Gott diesen einen Teil meines Herzens eingenommen, aber der Rest ist nicht da und jetzt muss der Heilige Geist zusammen mit mir, weil es ist derselbe Prozess und das Grüne bin ich und und das Schwarze ist das Fleisch, die sündige Natur und jetzt will mich die sündige Natur dazu bringen, dass ich ihren Willen tue, weil ich bin ja gewohnt, aus dieser sündigen Natur zu handeln, sie ist die Orientierung für mich, sie ist die Motivation meines Tuns, nicht die Absicht, die Absicht ist gut, Gott will und die Herzen der Menschen sind so gemacht oder der Geist ist so gemacht, dass er das Gute will, aber er weiß nicht, dass er es aus der Quelle des Stolz und Egoismus, aus dem Fleisch heraus tut und jetzt gibt es diesen Kampf, in den wir hineinkommen nach der Neugeburt, den hatten wir davor nicht, davor hatten wir ja, waren wir auf dem breiten Weg, auf dem breiten Weg gehst du mit dem Volk, mit dem Strom, es ist nicht der angenehmste Weg, du kämpfst, sage ich mal, mit dem Überleben, du machst dir Sorgen hin und her, aber du hast nicht den Kampf in dem Sinne Gottes Willen zu tun oder deinen Willen zu tun der Geist Gottes kommt nur punktuell in dein Leben und sagt okay möchtest du aber er ist außerhalb er ist nicht in deinem Herzen manchmal gehorchst du manchmal gehorchst du nicht du bist aber nicht von neuem geboren du gehst auf den Weg du hast den Kampf nicht den du nach der Neugeburt hast weil nachdem wir eingegangen sind und ihr seht auch in diesem Frage dieser dieses Mannes geht Christus nicht nur auf den Eingang in die Pforte ein sondern er geht weiter nachdem er gesagt hat ringet danach durch die enge Pforte hinein zu gehen denn viele sage ich euch werden hinein zu gehen suchen und es nicht können wenn einmal der Hausvater aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat dann werdet ihr anfangen draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen Herr Herr tu uns auf dann wird er antworten und zu euch sagen ich weiß nicht woher ihr seid dann werdet ihr anfangen zu sagen wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast die Tür deren Tür verschlossen wurde um einzugehen nein das ist dasselbe Gleichnis das jesus ähnlich benutzt mit den fünftörichten jungfrauen die kommen dann später und knopfen an die Tür aber die Tür ist so und er antwortet ihnen dasselbe was er hier diesen antwortet und er wird antworten ich sage euch ich weiß nicht woher ihr seid ich kenne euch nicht sagt sie dem anderen weichet alle von mir ihr übeltäter ihr gesetzlosen da wird das heulen und das zähneknirschen sein wenn ihr abraham isaac und jakob und alle propheten im reiche gottes seht euch selbst aber hinaus gestoßen und sie werden kommen von osten und von westen von norden und von süden und zu tisch sitzen im reiche gottes und sie es sind letzte die werden erste sein es sind erste die werden letzte sein so ihr seht jesus erklärt diesem man ob es viele im himmel sein werden oder wenige er erklärt ihm dass es ein kampf ist und dass der kampf nicht aufhört wenn man christus angenommen hat der kampf bevor man erlöst wird bevor man neugeboren wird ist ein anderer wie der nach dem man christus im herzen hat aber lasst es uns verstehen lasst es uns sicher sein hier ist ein kampf und dieser kampf den lehrt jesus den lehrt paulus den lehrt die schrift und es ist ein kampf zwischen dem heiligen geist der das gesetz gottes bringt der das leben jesu bringt und es ist ein kampf zwischen meinem fleisch meiner neigung mit der ich geboren bin und ich muss mich entscheiden immer wieder auf wen ich höre wessen wessen maßstab ich annehme nehme ich den maßstab des fleisches an oder nehme ich den maßstab des geistes gottes an welcher mir letztendlich den maßstab christi bringt welches ist der maßstab gottes sein gesetz der liebe so lasst uns diesen gedanken festhalten das leben eines christens ist nicht ein wachstum wenn man so will in frieden obwohl er frieden hat ich habe in meinem leben seitdem gottes geist eingezogen ist am 7 juli 2003 frieden dieser friede ist diese linie des haltens des bleibens in christus aber sie reicht nicht aus ich muss wachsen ich muss lernen ich muss lernen wie ich dieses ich täglich kreuzige und wie ich willig bin nicht meinen weg zu gehen sondern gottes weg das ist ein kampf ein ringen und es ist nicht ein ringen das nebenher abläuft sondern es ein ringen am hauptsachen am es ist der haupt schauplatz des lebens dass wir ringen und dieses ringen muss muss uns bewusst sein was wollen wir tun in meinem leben bin ich mir heute je mehr mehr bewusst des kampfes in dem ich stehe wie je zuvor und ich merke wie dieser kampf dieses wandeln dieses wachsen in christus meine ganze natur mein ganzes wesen einnimmt es ist ein kampf aus der befreiung aber es ist ein kampf es ist ein kampf aus der gefangenschaft hin zur befreiung dennoch kostet es anstrengung und mühe von beiden seiten sicherlich von gottes seiten mehr wie von meiner seite aber es kostet auch von meiner seite alles was ich bin alles muss eingesetzt werden in diesem ringen die frucht in unserem herzen hervorgehen zu lassen wir haben in unserer betrachtung am ende am freitag das zitat aus dem weg zu christus ist eines der zitate die so schön sind sie sagt der kampf mit dem eigenen ich ist der größte kampf der je gekämpft wurde es gibt keinen größeren kampf als der kampf mit dem eigenen ich das kapitulieren das hingeben des eigenen ichs das die unterstellung meines willens unter den willen gottes setzt einen kampf voraus und dieser kampf muss das ich das das herz muss ich zuerst dem herrn übergeben haben bevor es erneuert werden kann so das ist dieser dieser prozess bevor der heilige geist einen schritt vorwärts gehen kann und mir seine kraft geben kann zum überwinden muss ich es wollen und diese kreuzigung meines iches wie soll ich sagen ein verstanden sein es erwarten es erbitten deshalb ist die botschaft so wichtig dass die paulus schreibt im ersten korinther im ersten kapitel wir predigen christus den gekreuzigten das heißt bevor ein schritt vorwärts gehen kann in meinem leben das muss das fleisch gekreuzigt werden der alte mensch muss an der stelle sterben und das neue kommt anstelle wie sieht das aus wenn ich also hier in meinem herzen durch irgendeine not wir haben gesehen dass es immer die not ist die uns bewusst macht wo wir gefangen sind wo unser herz uns betrügt nicht klar ich eine eine gefangenschaft die jetzt nicht wirklich eine not hat aber sie hat mir eine not bereitet ich bin kein fußball fan mehr und fußball interessiert mich nicht mehr aber ich musste feststellen als ich in der woche wo die fußball weltmeisterschaften noch die fußball weltmeisterschaft lief dass ich im auto war und jemand erzählte mir dass ich war im ausland und erzählte mir dass deutschland hat gegen brasilien 7 zu 1 gewonnen und ich musste feststellen dass mir das freude bereitete und ich war froh darüber und es war mir aber unangenehm warum warum freue ich mich darüber und dann kamen wir nach hause an dem 13 juli und es war der tag wo die weltmeisterschaft das finale war wir kamen vom ausland bis wir zu hause waren bis wir alles ausgepackt hatten und fertig waren ins Bett zu gehen war es nach 11 und in meinem Herzen hatte ich den Drang zu wissen wie das Fußballspiel ausgegangen ist und ich gucke auf auf die Nachrichten und dann steht dort Verlängerung und dann will ich ins Bett gehen und sagen okay ich werde es ja morgen erfahren aber meine Frau sagt ja wo hast du geguckt ich will gucken sie wurde aus derselben Quelle gespeist und wollte das sehen sie wollte sehen wo kann ich schauen wie das Ereignis ist und dann öffnete ich ihr das und dann gerade als ich es geöffnet hatte im Internet fiel eine Minute später das Tor für Deutschland und ich war wieder in der Situation dass es mich freute warum 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 bekam ich ein gutes Gefühl und dann sah ich die Bilder der Argentinier und sah wie sie versteinert waren und wie ein kleiner Junge weint ja es waren nur noch einige Minuten die dort abliefen bis es zu Ende war aber es war genug um mir etwas deutlich zu machen und was mich deutlich wurde und was mich gestört hat an der ganzen Sache war dass ich angezogen war davon und ich habe dann zu Gott gebeten und gesagt okay Fußball interessiert mich nicht und hätte jetzt Brasilien und Argentinien gespielt hätte ich nicht mal nachgedacht um nachzugucken zu schauen wer gewonnen hätte warum hat mich das gereizt und ich musste feststellen dass es ein Trick meines Herzens ist Gott hat uns in unseren Geist hineingelegt dass wir ein Zusammenhaltungs Bedürfnis haben wir wollen einander zusammenhalten und dieses Zusammenhalt Bedürfnis ist etwas richtiges von Gott gegeben ja dass wir uns miteinander identifizieren dass wir zusammenhalten so das ist in meinem Geiste drin das Zusammenhalten das Zusammenhalten aber jetzt kommt mein Fleisch und es macht mich dass ich mich an etwas binde und dass ich mich identifiziere als Deutscher mit Deutschland und ich musste feststellen aha ich war nur deshalb neugierig weil ich als Deutscher mich mit der deutschen Mannschaft identifiziere und deshalb war ich gebunden an das Ergebnis weil ich identifiziere ich mich in Argentinien also deshalb konnte ich ja nicht mit Argentinien trauern ich konnte mich nur mit Deutschland freuen obwohl ich mich nicht wirklich gefreut habe ich habe dagegen gekämpft mich zu freuen weil ich wusste es ist nicht richtig ich konnte es aber nicht einordnen ich konnte mich nicht befreien aus den Ketten meines sich es hielt mich fest aber mir war klar in meinem Verstand warum soll ich nicht mit Argentinien halten warum mit Deutschland sind die Argentinien nicht auch Menschen so warum identifiziere ich mich mit meiner Nation und nicht mit einer anderen so ihr seht das zusammenhalten das identifizieren hat Gott in uns hineingelegt aber unser Fleisch und Blut also Fleisch des Herzens macht uns dass wir uns identifizieren mit unserem Fleisch und Blut das heißt Brüder und Schwester halten zusammen und Nationen halten zusammen mit anderen Nationen so identifizieren wir uns damit und dann musste ich nachdenken weil ich hatte keine Ruhe ich wollte das Übel aus meinem Herzen heraus bringen ich wollte nicht mehr abhängig sein von irgendetwas was mir nichts bringt und sinnlos ist und da machte mir Gott etwas klar das Gute was Gott in uns hineingelegt hat kommt jetzt die sündige Natur und bindet es an etwas schlechtes aber das sieht gar nicht so schlecht aus dass wir nationalistisch sind oder aber habt ihr schon mal in der geschichte gesehen was es bedeutet wenn man nationalistisch ist ist Jesus nicht gekommen als der Lehrer der alle Schranken des nationalen Zusammenhalt Gottes in dem Sinne zerbricht ist denn der Samariter und der Grieche mir mehr entfernt ist wie der Deutsche war nicht das Judentum so eingeschränkt in seiner Wirksamkeit und in seiner Unfähigkeit zu wachsen weil sie gefangen waren und für sich hielten und sich abtrennten von allen anderen Nationen weil sie sagten wir sind es und keine andere und die anderen das sind die Hunde das sind die Minderwertigen und so bin ich auch aufgewachsen in einem Land wo mehrere Nationen wohnen und wir in Rumänien aufgewachsen wir als Deutsche und ich habe das in mir genauso gesehen wir waren die höhere Art von Mensch und die Rumäner und Zugeuner waren die niedrigere Art von Mensch so haben wir gedacht so hat unsere sündige Natur uns gebunden aneinander gegen andere das das ist Sünde wenn der Zusammenhalt plötzlich kommt damit wir gegen andere vorgehen ein Bruder die sich streiten miteinander und du gehst dazwischen plötzlich hast du beide Brüder gegen dich weil sie dasselbe Fleisch und Blut haben die haben einen Zusammenhalt und der wird von der sündigen Natur gesteuert und so kämpfen sie jetzt gegen dich obwohl du wolltest ihnen helfen dass sie nicht gegeneinander kämpfen es ist also wichtig dass wir verstehen und das wurde mir in der Nacht klar wo ich gebetet habe und wissen wollte warum war mein Herz betrogen warum war es angezogen und Gott machte mir klar du identifizierst dich mit Deutschland du bist nationalistisch und du grenzt dich dadurch von den Argentinien ab und das mag mancher extrem sehen aber glaubt mir Jesus hat keine keinen Menschen nach seiner Geburt gefragt Jesus hat keinen Menschen nach seiner Herkunft angesehen wo kommst du bist geboren von ok und du bist Tyrus und Sida nein mit dir da oder du bist ein Samariter bleib wo du bist Jesus hat alle Schranken der Nationalität nicht dass er hoffe dass man mich nicht falsch versteht aber zusammen auseinander gerissen wir sollen uns nicht gern haben und uns identifizieren mit einem Menschen wegen seiner Nationalität oder Nicht Nationalität sondern wir sollen uns zusammen halten weil wir den anderen gern haben und Jesus brachte mir in Erinnerung dass als er von seinen Jüngern gesagt wurde deine Mutter und deine Geschwister warten da draußen auf dich dann sagte er ganz deutlich und das klang vielleicht zu manchem überraschend und hart er sagt wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder meine Mutter und meine Brüder sind die die den Willen tun meines Vaters im Himmel das ist richtige Identifikation so mit wem soll ich mich identifizieren an wen soll ich mich binden ich habe in der Nacht und dann am Tag darauf weil es mir lange zu denken gegeben habe ich gesagt okay Herr ich möchte nicht mehr mein Bedürfnis des Zusammenhalts an etwas knüpfen was nicht Ewigkeitswert hat so habe ich an der Stelle wo ich sage jetzt mal mein Zusammenhalt wurde durch mein Ich gesteuert dass ich national denke dass ich nach der Geburt gehe dass ich mich identifiziere weil ich so geboren bin das ist die falsche Sache so habe ich entschlossen habe gesagt okay Herr du musst ich möchte mich jetzt nicht mehr mit deutschland identifizieren sondern mit deinem königreich ich bin nicht ein bürger deutschlands in erster linie ich bin ein bürger des himmelreichs und ich möchte mich mit den identifizieren die gottes willen tun an denen möchte ich zusammenhalten und dieser wille gottes ist es dass wir alle menschen lieb haben dass wir keinen unterschied machen die bibel sagt hier ist weder grieche noch jude weder mann noch frau wir sind alle eins in christus ich möchte mich mit christus identifizieren mein zusammenhalt soll nicht mehr an etwas gebunden sein was nicht in christus und die liebe geschieht es ist nicht falsch dass ich deutscher bin es ist nicht falsch dass ich die interessen von deutschland mittrage es ist nur falsch wenn ich die interessen deutschlands gegenüber anderen höher achte als der anderen dann bin ich falsch dann bin ich nicht mehr liebevoll dann muss ich sagen aha hier ist ein deutscher und hier ist ein ausländer wer ist mir näher und sie müssen mir beide gleich nah sein das ist der wille gottes bist du willig das hinzugeben bist du willig das musste mich entscheiden mich abzuknüpfen von meinem nationalistischen denken und zu sagen ich möchte mich nicht mehr mit einer nation identifizieren sondern mein zusammenhalt soll sein mit dem heiligen geist mit dem willen gottes der nicht hinschaut wie ein mensch von wo er kommt wo er geboren ist sondern ihn so behandelt nach dem grundsatz der liebe gottes der nicht triumphieren muss über andere und sich freuen muss wenn andere verlieren und er gewinnt ich habe verstanden in meinem geist in meinem verstand dass es falsch ist nationalistisch zu sein aber ich musste feststellen vor einigen tagen dass ich es in meinem herzen bin und ich habe meine gefangenschaft gesehen und ich musste einen kampf kämpfen ich musste wissen wollen warum bin ich jetzt hier abhängig warum macht mir etwas freude was mir keine freude machen sollte warum tut es das das macht mich nicht körperlich krank etwas das freude macht aber ich wusste es mit meinem gewissen dass das nicht richtig ist mich zu freuen wenn der eine gewinnt und der andere verliert das ist nicht richtig man kann es drehen und wenn wie man will ich muss mich an das halten was Gottes wille ist ich muss jeden menschen gleich gern haben in dem sinne ich muss ihn gleich achten und deshalb hat jesus diese worte gesagt dass er sich mit dem mit den menschen identifiziert das sind seine brüder und schwestern die den willen seines vaters tun im himmel da ist ein zusammenhalt dafür tritt er ein und das sollten auch wir tun so der geist gottes musste das mir bewusst machen und jetzt musste dieses diese bindung meines herzens an ein volk an eine nation zu einer bindung werden an christus und seinem willen und es ging nicht ohne dass ich sage okay herr du musst mir diesen link abhacken ich will es ich sehe es ein aber ich kann es nicht und so habe ich diese wahl getroffen ich möchte nicht mehr nationalistisch denken ich möchte christlich denken ich möchte mich an christus gebunden sehen und an sein volk das tut nämlich den willen gottes das triumphiert nicht und freut sich nicht wenn es dem anderen schlecht geht ganz im gegenteil es hat mitleid mit dem anderen so das ist der kampf und dafür müssen wir willig sein deshalb die frage an dich vielleicht bist du ja nicht unbedingt fußball fan aber du bist national fan wenn jemand aus deinem lande siegreich ist und einen erfolg hat bist du dann mit dabei die bild zeitung schrieb da vor dem spiel ganz deutschland 80 8 glaube ich millionen stehen hinter der deutschen nationalmannschaft warum bist du willig und hier ist der kampf und der kampf geht bis zur entscheidung bist du willig dass diese deine alte bindung abgebrochen wird dass dein ich an dieser stelle stirbt und du aus dem fußball fieber das letztendlich auch ein nationalistisches fieber letztendlich gibt weil sonst gäbe es keine weltmeisterschaft man würde die welt nicht in eine weltmeisterschaft bringen können wenn das nationalistische denken nicht existieren würde da wird das gute was gott gemacht hat dass wir zusammenhalten an etwas gebunden was nur mit manchen dich zusammenhält in dem sinne gegenüber anderen das ist falsch willst du es ändern in deinem leben willst du aus der gefangenschaft dich zu identifizieren mit einer fußballmannschaft mit der du nichts am hut hast ob sie nun aus deiner stadt spielt oder du irgendwann mal in irgendeine besondere beziehung zu ihr getreten bist willst du dich davon trennen oder willst du gefangen bleiben nun es mag nicht so aussehen wie das wie wenn das lebensentscheidend wäre ja so sieht es nicht aus aber es ist dennoch so weil es ist nur ein Beispiel wo ich den Kampf habe hinzugeben meinen Willen an Jesu Willen oder nicht das ist unser großer Kampf und hier bedürfen wir des Verständnisses des Wachstums in Christus ohne Tod des Ichs kann ich nicht wachsen das heißt wenn der Boden auf dem der Same fällt nicht ich will jetzt sagen erneuert oder das Unkraut da raus zuerst raus gerupft wird kann der Same nicht aufgehen ich will dass in meinem Herzen das was Gott in mich hineingelegt hat dass ich zusammen halte nicht gebunden ist an eine Nation nicht gebunden ist an eine Hautfarbe nicht gebunden ist an irgendeine andere Sache außer der Liebe Gottes ich will ein Bürger des Himmels sein ich will mich mit meinem Heiland identifizieren und ich will das tun was sein Wille ist und will zusammenhalten mit denen die gleichen Sinne sind dafür muss ich meinen nationalen stolz meine nationale Bindung will ich sein zu brechen ich sage euch es ist nicht leicht aber ich habe die Entscheidung getroffen ja ich bin auf dieser Welt als Deutscher geboren ich komme von zwei deutschen Eltern und ich weiß nicht wie viele Vorfahren alle deutsch waren aber was hat das vor Gott zu gelten wenn mein Herz nicht seinen Willen tut wird mich die Zugehörigkeit zu einer Nation retten sicherlich nicht das war die schlimme Idee die Satan den Juden eingeflößt hatte ja Gott hatte sie herausgerufen als besonderes Volk um gerade zu tun seinen Willen aber sie haben das genommen was er ihnen gegeben hat und haben es durch ihre sündige Natur angewendet und wurden betrogen das Gute was Gott uns gibt dass wir zusammenhalten dass wir verbunden sind miteinander durch die Bindungen der Liebe das nimmt er und macht er abhängig das Fleisch von Nationalität von Hautfarbe von Ausübungsmöglichkeiten von Freundlichkeit Unfreundlichkeit all diese Dinge sind vom Fleisch genommen und betrügen uns so dass wir denken wir wollen das Gute ist doch nicht schlimm sich mit Deutschland zu identifizieren bis zu einem gewissen Grad nein aber es kommt die Wahl der Entscheidung zwischen Deutschland und Argentinien wo stehst du dann liebst du Argentinier wie dich selbst weil dann kommt es ja zu tragen und wenn du liebst wie dich selbst gönnst du ihm doch die Weltmeisterschaft mehr wie dir oder nicht aber es kann nur einer die Weltmeisterschaft haben so wer bekriegt sie jetzt ihr seht unser Denken das ist in tiefe Wurzeln ich möchte dass mein ich mich nicht mehr betrügt mit den guten Dingen meines Lebens ich möchte dass mein ich nicht mehr etwas Gutes nimmt und es falsch anwendet deshalb ist der Kampf da ich muss dieses ich kreuzigen ich muss es wollen zu kreuzigen und dieser Kampf wird klar und deutlich in der Schrift beschrieben durch durch den Apostel Paulus weil er hat ja in der Schule Jesu gelernt in Galater 5 und er sagt dort deutlich ich sage aber wandelt im Geist so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen das heißt die Lust des Fleisches kommt es kommt das Drängen denn das Fleisch gelüstert gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander so dass ihr nicht das tut was ihr wollt wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet so seid ihr nicht unter dem Gesetz und jetzt kommen die Werke des Fleisches und dann kommen die Werke des Geistes die und Vers 24 die aber Christus Angehörigen die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten wenn lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben einander nicht herauszufunden noch einander zu beneiden und so weiter da kommen wir auf das Thema der Nationalität die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden ihr seht es scheint es sind die guten Dinge manchmal die es den Kampf so schwer macht nicht die Bösen ich kämpfe mit Dingen ich möchte das Gute aber ich bin machtlos weil ich würde es gerne mit Gewalt ausüben das ist nicht richtig das Gute will ich aber vollbringen tue ich das Böse weil meine sündige Natur das Gute an etwas Böses bindet und so wird meine Aktion schlecht deshalb bedarf es eines Kampfes wir brauchen der Erkenntnis des Lichtes des Wortes Gottes dass wir uns die Dinge bewusst werden ihr seht wie viele Jahre war ich nationalistisch ohne es zu wirklich zu wissen bewusst Gott brauchte einen gewissen Zeitpunkt wo er sagt jetzt muss ich es ihm bewusst machen wo sein Herz dran klebt und jetzt muss ich eine Entscheidung treffen will ich jetzt von dieser Sache wegkommen oder will ich weiter nationalistisch bleiben und ich habe die Entscheidung getroffen nicht mit meiner Neigung nein gegen meine Neigung weil ich bin 50 Jahre so aufgewachsen mit einer nationalistischen Neigung und ich habe die Wahl getroffen ich bin nicht mehr ein Deutscher im Sinne dessen ich bin ein Kind Gottes mein Königreich ist nicht von dieser Welt ich möchte mich nicht identifizieren mit keinem Land auf dieser Welt ich möchte mich mit keiner Nation identifizieren außer mit Christus weil dann tue ich das Richtige dann kann ich unabhängig von Nation jeden gern haben und die Nationalität hält mich nicht zurück ihn gern zu haben so wie es die Juden zurückgehalten hat über Jahrtausende dass sie Gottes Willen ausüben es ist nicht so offensichtlich was in unserem Herzen versteckt ist die Frage ist möchtest du dass dein Ich gekreuzigt wird möchtest du wenn Gott dir offenbart wo dein Herz dran klebt du erkennst mit deinem Verstand es ist nicht gut und du willst weg warum zieht es mich an warum bin ich warum ist in meinem Herzen weil wisst ihr nur sich zu enthalten es nicht zu tun ist keine Lösung ja ich tue es nicht aber der Link im Herzen bleibt immer noch bestehen und ich möchte dass der Link an der Wurzel die Verbindung an der Wurzel wegkommt und so will ich ein Bürger des Himmels sein ich will mich mit dem Willen meines Vaters identifizieren ich will Freude empfinden dort wo es wirkliche Freude ist ich will nicht Freude empfinden wo einer sich freut und der andere weint ich will mich freuen mit den Freunden und weine mit den Weinenden ich will beteiligt sein an an denen und nicht mich freuen über den Sieg über jemand anders ich hoffe ich habe mich verständlich gemacht weil ich bin manchmal nicht so leicht in mich verständlich zu machen ich hoffe wir haben verstanden dass wir einen Kampf zu kämpfen haben um in Christus zu wachsen und Christus muss unser Leben werden er war ein Jude und dennoch war er nicht nationalistisch ein Jude er hat jede Nation geliebt er hat die Schranken des Nationalismus herunter gerissen indem er gebracht hat und gesagt hat liebe deinen Nächsten wie dich selbst und es ist egal welche Nation welche Hautfarbe der Nächste hat bist du willig ein Bürger des Himmels zu sein und dich damit zu infizieren dann muss dein Fleisch von dem Zusammenhalt an eine Nation gekreuzigt werden und es muss an Stelle an Christus gebunden werden und so ist es in jedem einzelnen Sache unsere ganzen guten Absichten sind bedeckt und werden gebunden an etwas Schlimmes und so sind wir Menschen und tun Böses obwohl wir das Gute wollen Schlimm ist der Betrug des Herzens und das Wachstum in Christus der Kampf der tägliche zeigt uns dass es notwendig ist das eine zu kreuzigen und das andere anstelle hinzusetzen so wie wachsen wir in Christus genauso wie wir angefangen haben mit Christus zu gehen am Anfang steht eine Entscheidung den Willen Gottes zu tun und während des ganzen Prozesses der Einnahme dieses Feldes passiert immer wieder derselbe Prozess ich tue Buße ich sage das muss gekreuzigt werden ich will nicht mehr nationalistisch denken und dann übernimmt Christus diese Stelle und jetzt denke ich und habe den Zusammenhalt mit seinem Willen und habe Freude an seinem Willen nicht Freude an dem Willen des Fleisches und dann kommt die nächste Etappe und die nächste und es geht immer so das wachsende Christum ist ein ständiger Prozess deshalb sagt es ein ständiger Kampf mit dem eigenen nicht es ist der schwerste der schwierigste Kampf aber Christus hat ihn gesiegt Christus Christus hat Christus hat überwunden es hat ihn nie betrogen sein Sieg gibt auch uns den Sieg aber wir müssen es wollen und wir müssen danach ringen wir müssen frei sein wollen von allem was uns das Fleisch die sündige Natur gebunden hält und es kreuzigen nur dann gibt es ein Wachsen in Christus ich will wachsen ich will nicht so bleiben wie ich vor einem Jahr war oder wie ich gestern war ich möchte dass Christus Gestalt in mir gewinnt Tag für Tag und alle die Verbindungen zum Fleisch gekreuzigt werden die in meinem Herzen sind und anstelle der Verbindungen Christus kommt und sein Geist sein Leben und dann Tag für Tag das auszuüben in der nächsten Lektion werden wir den Gedanken noch vertiefen aber lasst uns jetzt die Frage stellen sind wir willig in diesen Wachstums Prozess vorwärts zu gehen oder lassen wir uns durch die nicht steinigen Boden also durch den steinigen Boden durch die nicht Wurzel fassen können oder durch die Dornen Disteln des Lebens die Fruchtrauben sind wir willig auch das abzuschneiden was vermeintlich richtig ist und gut sind wir willig uns loszureißen von allem was nicht göttlich ist das ist die Frage ich möchte es und ich bete dass auch du jeder der das hört und sieht will ich es zu tun Amen